Ich kann es dir nicht verdenken, wenn du mit Blick auf den Titel dieses Videos erst mal von einem Tippfehler ausgehst. Denn bei voller Erwerbsminderungsrente gibt es ja normalerweise kein Hartz IV. Eigentlich nicht. Aber es gibt eine ganz bestimmte Situation, in der du eine kleine Erwerbsminderungsrente, eine volle Erwerbsminderungsrente tatsächlich nur beim Jobcenter aufstocken könntest. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein und ich bin Christian Schulz. Ich habe hier schon ziemlich häufig über die Erwerbsminderungsrente gesprochen und bestimmt das eine oder andere Mal auch fallen lassen, wie hoch die so im Durchschnitt ausfallen. Die aktuellsten Zahlen, die wir dazu haben, sind aus dem Jahr 2020. Und da war der Zugang, also die neuen Erwerbsminderungsrenten, im Schnitt ungefähr 880 Euro. Da braucht man kein Experte sein, um zu sagen, wird schwierig damit über die Runden zu kommen und viele Menschen stocken die EM-Rente deswegen noch auf. Und genau dafür ist eben die Grundsicherung zuständig. Es gibt einmal die Grundsicherung im Alter und die Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Übrigens im Kontrast zur Grundsicherung für Arbeitssuchende. Den Begriff hast du vielleicht noch nie gehört. Das ist aber die offizielle Bezeichnung für Hartz IV. Ist also auch eine Art der Grundsicherung. Hartz IV bekommst du aber nur, wenn du noch nicht im Rentenalter bist. Also die Abgrenzung zur Grundsicherung im Alter. Und auch nicht dann, wenn du erwerbsfähig bist. Hier ist dann die Abgrenzung zur Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Aber wie soll das dann, wie im Titel versprochen, gehen, dass ich mit voller Erwerbsminderungsrente Geld vom Jobcenter bekomme? Ich fasse noch mal das wichtigste zusammen. Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, bekommst du immer dann, wenn du hilfebedürftig bist. Na klar, also dein Geld reicht nicht. Wenn du noch nicht im Rentenalter bist und wenn du zumindest grundsätzlich von deiner Gesundheit in der Lage bist, deinen Lebensunterhalt selbstständig zu bestreiten. Trifft das nicht zu, dann kannst du nur zur Grundsicherung gehen, um dein Geld aufstocken zu lassen. Zumindest in den allermeisten Fällen. Ich habe ja so vollmundig versprochen, dass man auch mit voller Erwerbsminderungsrente Geld vom Jobcenter bekommen kann. Und den Fall gibt es tatsächlich. Den schauen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an. Volle Erwerbsminderung. Was heißt das eigentlich? Bin ich da schon im Rentenalter? Nee, bin ich nicht. Sonst würde ich keine Erwerbsminderungsrente, sondern eine Altersrente bekommen. Bin ich voll erwerbsgemindert? Werd zu überlegen oder zumindest anzunehmen. Denn normalerweise bekomme ich ja die volle Erwerbsminderungsrente nur, wenn ich ganz bestimmte Kriterien für die deutsche Rentenversicherung erfülle. Was genau du mitbringen musst, um so eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen, habe ich in diesem Video erklärt. Und eines der wesentlichen Kriterien für die volle Erwerbsminderungsrente ist, dass du von einem Gutachter der Deutschen Rentenversicherung bestätigt, dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als drei Stunden täglich arbeiten kannst. Dauerhaft ist immer so ein Begriff, der relativ schwammig ist. Man kann davon ausgehen, dass hier bei der Rentenversicherung immer von einem Zeitraum von sechs Monaten die Rede ist. Das würde aber jetzt wiederum nicht zu unserem Jobcenter-Fall passen. Denn da müssen wir ja erwerbsfähig sein und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Wie soll ich also mit voller EM-Rente diese mit Hartz IV aufstocken? Das gibt es nur in ganz, ganz bestimmten Fällen. Und zwar dann, wenn es sich bei deiner vollen Erwerbsminderungsrente um keine normale volle Erwerbsminderungsrente handelt. Das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch und exotisch, ist aber gar nicht so selten. Das ist nämlich immer dann der Fall, wenn der Gutachter der Deutschen Rentenversicherung sagt, ja, also eingeschränkt bist du schon, kannst mehr als drei Stunden arbeiten, aber unter sechs Stunden. Das heißt, hier hätten wir eigentlich die Kriterien für eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung erfüllt. Und mit dieser teilweise Erwerbsminderungsrente, das ist, die wird auch in der halben Höhe der vollen Erwerbsminderungsrente ausgezahlt, wärst du eigentlich auch im Jobcenter richtig aufgehoben. Denn normalerweise ist hier die Idee, dass du diese teilweise Erwerbsminderungsrente noch mit einem Teilzeitjob ergänzen kannst. So erst mal die Theorie. Aber ich arbeite ja jetzt auch schon über zehn Jahre beim Sozialverband hier in Schleswig-Holstein. Und in dieser Zeit haben wir unzählige Gutachten der Deutschen Rentenversicherung hier auf unseren Schreibtischen gehabt, wo dann vom sogenannten Restleistungsvermögen die Rede war, wo dann steht, die Person kann zwar zwischen drei und sechs Stunden arbeiten, aber, und jetzt kommt's, nur in wechselnder Körperposition, also gehend, sitzend, stehend, dann nicht bei Zugluft, keine Schichtarbeit und noch viele weitere Einschränkungen. Das heißt, dass diese Person tatsächlich noch so einen Teilzeitjob findet, der zum Restleistungsvermögen passt, also den ich wirklich mit diesen gesundheitlichen Einschränkungen noch ausüben kann. Diese Vorstellung ist oft utopisch. Im Klartext heißt das, auch mit teilweise Erwerbsminderung haben viele Menschen null Chancen darauf, so einen passenden Teilzeitjob zu finden. Und genau an dieser Stelle kommt jetzt diese Arbeitsmarktrente ins Spiel. Manchmal direkt bei Bewilligung, weil man davon ausgeht, da passt nichts, da werden wir direkt die volle Erwerbsminderungsrente zahlen, manchmal aber auch erst ein bisschen später, oft nach einem Zeitraum von sechs Monaten. Das wäre so ein Zeitrahmen, wo man sich vergeblich um Arbeit bemüht hat. Und dann muss die deutsche Rentenversicherung eben die volle Erwerbsminderungsrente bezahlen, obwohl ich die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht erfülle. Ich kann also mehr als drei Stunden am Tag arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Zwischen drei und sechs. Eigentlich müsste ich die teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen, weil es aber keinen passenden Job für mich gibt, mit meinem Restleistungsvermögen, bekomme ich die volle. Die sogenannte Arbeitsmarktrente. Und in dieser Konstellation bin ich nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert. Die Arbeitsmarktrente wird ohnehin immer befristet bewilligt. Immer. Und ich bin ja nicht offiziell voll erwerbsgemindert. Das heißt, ich könnte, wenn diese Rente nicht reicht, auch die Arbeitsmarktrente nicht, nicht beim Amt für Grundsicherung aufstocken, weil ich ja nicht voll und dauerhaft erwerbsgemindert bin. Und jetzt kommen wir auf den Ausgangspunkt des Videos zurück. Genau in dieser Situation mit Arbeitsmarktrente, die reicht nicht zum Leben, kann ich oder muss ich sogar, wenn ich aufstocken will, zum Jobcenter gehen. Übrigens bekomme ich häufig die Frage, ob es bestimmte Krankheiten gibt, bei denen die Erwerbsminderungsrenten am Ende höher ausfallen. Teilweise deutlich höher als bei anderen Krankheiten. Kann das wirklich sein? Das habe ich in diesem Video beantwortet. Für heute war es das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage tschau und bis bald.